Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es ein Black Ops 2 Video und zwar habe ich heute mit Smiley und mit Gustav zusammen gespielt, die beiden sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen und wir haben einfach ein bisschen live gespielt, so wie in alten Zeiten damals, zwar habe ich damals nicht mit Smiley und mit Gustav gespielt, aber es hat sich trotzdem so angefühlt wie in alten Zeiten und richtig korrekt geworden auf jeden Fall, sind richtig schöne Szenen bei und falls ihr weiterhin Black Ops 2 sehen wollt, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder schreibt mir das in die Kommentare und falls ihr andere Ideen habt für die Weihnachtszeit jetzt, was ich so bringen kann, schreibt mir das natürlich auch wie immer gerne in die Kommentare. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit dem Gameplay und mit dem Video einfach und wir sehen uns dann morgen bei Ich spiele deine Klasse, haut rein! Auf geht's! So, was machen wir jetzt? Wir sind drei von Corona gestorben, bist du früher? Ja, immer. Immer ein vor Orbi. Und da musste ich immer einen Euro bezahlen, wir haben da so eine Kasse gehabt, wenn du ein vor Orbi stehst, immer einen Euro reinzahlen. Nein, war ein Spaß, aber wir haben das immer so gesagt. Okay, Herrschaft spielen 60 Leute, aber TDM spielen 600, dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen TDM, oder? Ja, ja. Ach, guck mal, haben wir direkt eine Lobby gefunden. Lass aber Slums machen, bitte Slums. Boah, Slums wäre so geil. Bitte Slums. Ey, wir können hier nicht in den Chat schreiben, hier gibt's kein Chat-Scheiße. Boat Slums. Junge, ich muss hier erstmal alle stumm schalten. Hallo, bitte schaltet bitte auf Slums. Ja, voll lieb von euch. Und die Pumpgun, okay, ich muss direkt FAL wechseln. Pumpgun, macht Spaß? Ja, macht richtig Spaß, Digga. So geil. Skaff. Halt's Maul. Halt's Maul. Du bist der beste Spieler aller Zeiten im Black Ops 2-Mann. Halt's Maul. Alter, what? Halt's Maul. Im Ernst? Ja, in Black Ops 2 krieg ich hin. Ich hab so gestruggelt. Ich merk's. Dafür kann ich Bio 3 halt gar nicht. Gar nicht? Null. Jungs, ich bin ein vor Drohne. Oh ja. Nein, 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 nein. Oh, hier kann man noch so schön wallbangen, Alter. Oh, den hol ich mir da, der ist so safe tot, ne? Der ist meiner. Nein. Sorry, Kevin. Alles gut, aber ich hab ne Drohne, Jungs. Ich auch. Boah, er verdient einfach Drohne. Wo ist Kevin? Ich will eigentlich ihn ja nur stören, ey, hier. Oh nein. Abfucker der Woche. Jungs, Halt's Maul. Boah, ich hab so ne schöne Tarnung hier auf der FAL. Das sieht so geil aus, ne? Ich hab das jetzt Sprachträgers gemacht, also würde ich jetzt hinterher gehen am Rang. Ah, you're so real, Kevin. I'm the real King Kicks. Halt's Maul. Nein. Oh mein Gott, ich hab ihn. Ja, Digga, den hab ich auch. Und den hab ich auch. Die Spawns sind einfach so richtig. Nein. Ich bin kurz vor Orbi gestorben. Oh, ich nehme mal die DSR auf hier. Oh ja, Digga. Wenn ich jemanden sehe, ist der tot. Aber ja, da sind wir beim Problem nur mal ein. Ich hab grad Kreise um einen gedreht, weil ich ihn einfach nicht mit dem Messer getroffen hab. Oh nice, den hab ich hier so geklaut, ne? Soll ich snipe jetzt. Oh, ja. Guck mal, war doch schon mal ne richtig gute erste Runde hier. Nice. Ja, ich bin sofrieden. Durchaus zufrieden. Einmal Orbi fast geschafft. Ganz wie wir einfach direkt wohlfühlen, ne? Ja. So, das bedeutet, wir geben jetzt alles hier. Oh, diese Statue, ne? Oh, die Stellung bei der Statue war immer gut. Halt's Maul. Halt's Maul. Alter, das sind die Videos, ne? Ich hab deine Videos immer geguckt, wenn ich auf dem Teamspeak war. Und da kam dann ein Mimimi und ich dachte, wie der irgendjemand in meinem Teamspeak redet. Und ich hab alle zusammengeschnauzt und ich merkte, das war in deinem Video, Alter. So, Drohne ist am Start. Nice. Oh. Ja, ich triff wieder nicht. Nice, den hab ich auch. Das ist einfach einer bei uns gewesen. Konterdrohne hab ich auch. Oh, hier konnte man alles schön mit drei einsetzen, ey. Das war so schön immer. Ja, Mann. Übel, liebe. Was konnte man hier? Mit drei die Streaks einsetzen. Naja, ist halt bei jedem Blackop so. Feinde haben die Konterdroh- Was? Okay. Ich hab ein Orbi. Jungs. Jawoll. Wie hab ich das denn gemacht, Alter? Okay, Orbi ist raus. Hier konnte man ja noch Orbi über Orbi setzen, ne? Ja, das war nicht so sinnlos. Äh, voll. No. War nicht so sinnlos. Ja, das stimmt. Da hat man den immer einfach eingesetzt. Das war aber geil. Ohne Scheiß. Ja, weil man so gut war, dass man mal wieder einen bekommen hat, oder was? Das ist gut für die Punkte immer gewesen. Wenn man im Group steht, also ein Sechs-Mann-Party, dann geht das echt klar. Wobei du eigentlich auf dem PC Sechs-Mann-Party komplett vergessen kannst. Ja, aber die werden halt nicht im Tier gehen, ne? Jungs, was ich hier gerade mache, ne? Was ich mit denen gemacht hab, war nicht mehr normal, Alter. Alter, Clem, du bist ja sogar noch nicht reingekommen. Junge, Alter, ich spiel zu nur auf Black Ops 2, ohne Scheiß. Richtig geil, Mann. Ich bin Mr. Lastkiller, hab ich das gesehen. Man könnte meinen, wir haben die hier ein bisschen dominiert, so, ne? 75 zu 18. Boah, wie ich dem einfach in die Eier schieße, sorry. Das Zeichen versehen ist mein Aim. Und Artex guckt dich so an und denkt sich so, hat der nicht gemacht. Wenn ihr denkt, dude, das macht man nicht. Boah, 18 Akademie. Geil, Alter. Boah, ich hatte eine Skrupe los. Jungs, wir sind krass gewesen. Ja, ich auch. Ich hatte 10er. Gnadenlos. Wollen wir nicht irgendwie etwas spielen, wo man New Gerard vielleicht halten kann? Ich suche mal Herrschaft, ja. Boah. Oh ja? Läuft auf jeden Fall jetzt gerade gut hier. Komm doch hier lang. Ja, ich bin auch zufrieden, relativ so. Komm doch. Oh ja, Konterdrohne raus. Boah, wie du abgehst. Junge, hab gleich wieder Orbi. Boah, die Runde hat so schlecht angefangen, aber jetzt, ne? Na gut, ich snipe. Der kommt jetzt in den Zug rein. Ne, der ist doch nicht im Zug. Der ist rausgegangen auf die Bahn hier. Aber der andere kommt nicht. Hab ich? Lass auf A gehen. Komm, komm mal. Wie ich den gekriegt habe. Schicksalsmoment. Komm, wir holen A. Ist verbündeter Blitzschlag? Ich weiß es nicht. Ich hab Angst davor. Ich hab wieder Orbi dann, ne? Wenn wir jetzt A haben. Hey, auf B sind, glaub ich, in der Zone. Guck mal, Roxy, den glaub ich ja jetzt gar nichts mehr. Ist halt echt so, ne? 14 zu 6. Ja, Roxy ist krass, ne? Oh mein. Ja, der hat mich gerade durch die Wand gepre-aimt. Deswegen. Ja, Roxy hat an. Schon wieder Roxy. Ey, der Typ ist nicht mehr normal, man. Das fackt mich so ab, man. Blöd, man. Schon wieder. Schon wieder. Guck, ihr guckt. Er so, ja, ich weiß es genau. Alles klar. Come on, guys. Let's do this. Es hat so lang gedauert. Ey, hab ich keine Zähigkeit auf der Klasse? Oh, das war ja dumm. Ich brauch ne 1 mit Zähigkeit. So, jetzt hab ich 1 mit Zähigkeit. Oh, jetzt lass mal auf B gehen, boys. Ja, auf B, auf B, come on. Ich hab jetzt auch Zähigkeit auf meiner Waffe. Ich seh die halt nicht mal. Die schießen einfach alle random auf B, weil sie wissen, dass... Oh, Double Kim mit C4. Das klappt in dem Spiel ganz gut, ne? Ja, das ist halt alles aus Pappe-Gefühl. Ja, ist wirklich so. Das ist Pappe-Gefühl. So, ich bin erstmal auf A. Kommt jemand mit? Ich bin bei C. Komm auch zu C. Ich hab auch ne Drohne-Kontradrohne raus. Ja, auch Drohne. Eine Kontradrohne macht mir mehr Sorgen. Nehmen wir C. Das ist noch eine... Nehmen wir C, oder was? Wollen wir Triple Cap'n ehrlich? Nein, ja, lass uns erstmal den Orbi machen. Hater. Oh mein Gott! Wir müssen erstmal davon abbringen, dass die hier unsere... Alter, ich hab Orbi-Jungs. Hau raus, hau raus, hau raus. Ich hab auch Orbi jetzt gleich. Ich bin gestorben, ich bin gestorben. Alles gut, okay, let's go. Nein! Ich glaub, es war ne Abschlusskette oder so. Ich mach alles richtig. Da kommt noch einer. Was war denn das noch? Ja, es hat nie aufgehört. Oh mein Gott. Wie so Wasser immer gekommen ist. Oh mein Gott, ich hab Orbi. Nice. Ich bin den Gegnern ertrunken. Dabei will ich nur einen Pussy ertrunken. Okay, let's go auf C, komm. Sind die noch da? Ne, unser Teammate ist auf C. Ich hab jetzt auch Hater. Ich hau Orbi mal raus einfach, ne? Ich lasse ihn mal a-cappen. Ich lasse ihn mal a-cappen. Ich nicht. Ich nicht. Okay, wir haben noch drei Gegner, aber es läuft richtig gut. Hab auch wieder Orbi. So. Sorry, falls ich mein Pussy ertrunken kann. Ja, gegen drei Gegner macht das grad sehr viel Sinn. Aber wir können hier den Nuke machen. Ihr dürft nicht a-cappen auf jeden Fall. Ne, machen wir auch nicht. Oh mein Gott. Ich snack die hier aus der Mitte raus. Ich muss Orbi raushand. Ich hab gleich mehr. Hau raus, hau raus, hau raus. Oh nice. Ich hab 15er. 16er. Alter. Oh mein Gott. 17er. Geh doch ab. Jetzt der vier. Okay, lass uns. Ey, wir müssen die bei A spawnen lassen, ne? Okay. Ich bin tot. Alles klar. Ich hab den ersten Orbi. Ich hab den ersten Orbi. Weil ich keine Zähigkeit hatte. Der Lauch. Das will ich sehen. Aber ich hab auch Orbi wieder, ne? Der ist der beste Lauch der Welt. Oh mein Gott. Nein. Oh, ich hab den bekommen. Geil. Oh, hier. Mach jetzt einfach. Verbinde Taktan-Helikopter. Ist auch ein paar Wex. Oh mein Gott. Alter, ich muss hier oben raus. Alter, geht gar nicht mehr. Ich muss Orbi raushand. Ich bin 20er. Echt jetzt? Ja. Ich bin zu schlecht in dem Spiel. Ich spawne hinter mir. Oh mein Gott. Nee, Alter. Er wirft mir ein C4 in mein Gesicht. Aber so hart, ne? Ja. Der wird mit C4 bestraft. Oh, 25er. Alter, was? Ich hab 39,5. Alter, was? Nicht schlecht, ne? Aber ich hab noch Orbi für nächste Runde. Na fragst du dich immer, warum du keine Kills abkriegst. Ich hab ein C4 zerstört. Geil. Ey, komm, wir können hier auf jeden Fall noch eine New schaffen. Mit der ich im BO2 nicht zusammenspielen will, ja? Ja, stimmt doch. Mann. So belastend. Ich weiß nicht, wo die spawnen. Ich fahr drunter raus, aber. Oh. Also ich hab auf jeden Fall noch Orbi. Nice, ich hab auch fast wieder Orbi. Lass mal eben A noch schnell mitnehmen. Sehr gut. Nein, wieder down. Oh Mann. Oh Mann. 65,5, Alter. Ich werf jetzt erstmal meinen C4 da unten rein. Sind die unten? Eingeprückt. Okay, ich hab einen. Ich kipp mal B, sonst geht die Runde vorbei. Warte ich. Tut sie das, ja? Ich bin der Meinung. Lol, wie er einfach auf dich springt. Da hab ich aber Glück. Er war absolut auf einer Suicide Mission. Kommt der hier hoch? Nee, ich glaub nicht. Ich glaub, der ist tot. Ich geh nach unten. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt hier ordentlich killen. Oh mein Gott. Ich hab Orbi. Nice. Können wir leben? Okay, lass mir mal hier ein paar Killen. Nein! Hab auch noch mal Orbi. P-P-A-P, Alter, Digger. Ich hab ihn. Ich hab ihn keine. Also schiebt es halt Momente oder so. Oh mein Gott. Okay, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Komm mal. Ich hab auch noch Orbi. Hier ist der Pumpkaner. Da hab ich Angst vor. Okay, nice. Oh, jetzt wird aber hier. Ich mach einfach Orbi nach Orbi. Oh, Alter, Alter, Alter. Ob ich den hab? Nein! Oh mein Gott! Aber 40 zu 8, Alter, ist schon gut. Ja, Orbi raus, nochmal. Ja, mach mal. Warum? Ach, stimmt. Ich vergesse immer, dass man bei dem Spiel ständig daneben messert. Aber hier hat man so viel Zeit einfach in dem Spiel, ne? Ja. Och, maaann. Da bist du einmal auf Streak. Ja, besonders, ich wusste, woher kommt. Guck auf ihn, knife ihn. Und der knife da irgendwie in eine andere Richtung. Hallo! Oh, der will gar nicht sterben. Wo renne ich hin? Ich bin so dumm. Warum mach ich das? Hallo? Oh. Ich bin leider nur... Okay, wir dürfen nicht in den Spawn so rein, ne? Alter, das war dumm. Ja, Obbi raus, nochmal. Oh, raus, ja, nice. Was, ey? Wie oft ihr das alles schafft. Ihr seid echt zu gut für mich. Das ist einfach Spielerfahrung. So, dass der... Ja. Das Spiel erst vor einem Jahr wieder... Also, nicht wieder. Ich hab das Spiel erst vor einem Jahr angefangen. Ja. Okay, bin blutrünstig jetzt. Boah, pass auf, Alter. Gleich kümmern die Leute. Boah, Kevin, das war so ein dreckiges C4, ne? Ja, sicher. In den Spawn rein. Ich hab Orbi. Lass ihn weggehen aus dem Spawn, schnell. Die kommen hinter uns. Jetzt spawnen die wieder da. Ich hab 10er. Oh, ja. C4 zerstört, geil. Dann schon wieder... Nee, ich hab einen Kill gemacht, geil. Nee, doch nicht. Ich hab Double-Assist bekommen. Nice, du hast einen Kill gemacht. Ich bin richtig stolz auf dich. Oh, Orbi nochmal raus. Ich bin schon wieder tot von Dead Girl, Alter. Und 15er-Streak noch. Also, wenn ich mich jetzt anstrengen kann, ich kann es schaffen. Als ob der einfach... Ich bin 15er-Streak. Nice, double-Kennet C4. Alles klar. Ich bin wieder auf 2er-Streak. Ich bin ganz selber ein bisschen in meiner Runde überrascht. Nein, ich hab einfach keine Munition mehr. Loil. Hey, wo ist der? Der Blitzschacht macht einen Quartfeed. Wie die Spawns sind gerade, ne? Ja, ja. Absolut crazy. Alter, Junge. Alter, aber das macht gerade so Spaß, ne? Nicht mehr normal. Okay. Ist schon lustig, geb ich zu. Es ist gerade wie in alten Zeiten. Es ist halt echt so, wie es dieses Sucht... Oh, dieses Movement, Alter, Junge! Ich hab gleich wieder Orbi. Oh, Mann. Komm schon. Ey, die müssen jetzt gleich wieder bei C-Spawn. Ey, wir machen die hier gerade so lang, ne? Wir machen die hier gerade so lang, ne? Platt. Ach so. Ich komme immer so auf 15er-Streak. Ah! Ich bin gestorben, hab Orbi. Nein! Hab ich? Drone PPAP. Ja, der hat mich auch gerade zweimal geholt, Alter. Ja, der hat mich auch auf 25er geholt. Der fuckt ab. PPAP. Oh mein Gott. Oh Gott, die sind aber auch brutal schlecht. Außer PPAP. Der ist halt gut. Das war ja... Ja, der ist halt auch einfach nur Lucky-mäßig unterwegs. Alter, 83. 65, 12, Alter. Ist aber auch nicht schlecht. Wir sind alle relativ damit. 11.000 Punkte, 9.000 Punkte, 8.000. Guck mal, 13 zu 57, 13 zu 71, 8 zu 65. Ich finde 13 zu 71 irgendwie markanter. Oh mein Gott, Alter. Ich kann immer noch nicht verstehen, dass alle dann drin bleiben. Das ist okay. Immer noch nicht? , Biedra. Dann Knew. Anbel Knapp. Es checked. Wir sind all diese Möglichkeit. Sünder. Aufnehmenatics.